Das ist die Übersetzung vom Video Channeling Botschaft des Lichts Verschwörungstheorien wie du die Wahrheit findest von Schweizerdeutsch auf Hochdeutsch. Wenn du das Video auf Schweizerdeutsch sehen möchtest, findest du unten den Link. Zur Erklärung, wenn in der Zwischenzeit Pausen auftreten sollten, das ist, weil es teilweise ein wenig dauern kann, bis ich die Wörter, die ich erhalte oder die Bilder, die ich sehe, artikulieren kann. Das ist zur Erklärung. Das Video beginnt. Ich fühle dich ganz, ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Es läutet schon den ganzen Morgen in meinen Ohren und ich freue mich sehr, dass ich jetzt dieses Video zum Thema Verschwörungstheorien machen darf. Die geistige Welt spricht zu dir. Sie möchten sich gerne an dich wenden zum Thema Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien, sie sind so alt wie die Menschheit selbst. Verschwörung deutet immer auf Manipulation hin, dort, wo Freiheit vermisst wird. Doch hinter diesen Theorien stehen meistens neue Verschwörungen, die nur hier sind, sodass sich der Mensch, der sich nach Freiheit sehnt, der nach Freiheit dürstet, dass er sich in neuen Abhängigkeiten und Verstrickungen wiederfindet. Manipulationen sind allgegenwärtig und wie gesagt, so alt wie die Menschheit selbst. Und sie gehört zum Menschen, denn der Mensch ist getrieben von Macht und Gär. Und um das zu erreichen, sind ihm ganz, ganz viele Mittel recht. Viele Menschen haben keine Ahnung, zu was einzelne Seelen auf dieser Erde fähig sind. Sie möchten auch zu dir sprechen, zu den Lichtern auf dieser Welt und die, die am Erwachen sind. Damit ihr eins versteht, ihr geht immer davon aus, dass das Licht in jeder Seele inne wohnt. Und so ist es auch, wenn sie von der Quelle kommt, ist sie im Licht. Doch sie entscheidet, ob sie dieses annehmen und leben möchte oder nicht. Die Quelle jedoch in sich ist im Ursprung neutral. Sie ist eine enorme Energiequelle. Das ist der Ursprung der göttlichen Quelle. Jetzt ist es im freien Willen jedes Menschen, Wir leben in einer Zeit, wo die Polaritäten immer stärker sichtbar sind und zum Tragen kommen. Vielen wird auch jetzt bewusst, auch wenn ihr daran glauben möchtet, dass jeder Mensch einen guten Kern hat. So sehen wir doch nun auch, dass dies oft ein Trugschluss ist. Aber auch diese Seelen gilt es anzunehmen und zu respektieren. Was jetzt wichtig ist zu wissen und nochmals, wir sprechen zu dir um das Thema Manipulation und Verstrickungen. Es gibt genau eine Wahrheit auf dieser Erde und das ist deine eigene Wahrheit. Wenn du etwas hörst oder siehst, ist es erst dann wahr, wenn du es in deinem Herzen fühlst und nicht, wenn es in deinem Kopf ankommt und du dich bestätigt fühlst, in deinen Gedanken, Mustern und der Glaubenssätze. Denn das sind genau die Verstrickungen. Es ist erst dann wahr, wenn du es fühlst. Was auch wichtig ist zu wissen, ist, dass die Zeit, so wie sie nun ist, genau richtig ist. Es ist nötig, dass, wie vorhin schon erwähnt, die Polaritäten nun sichtbar sind. Und sie zeigen mir auch, die geistige Welt zeigt mir in Bildern, wie unter der Erde, wie alte Sachen vergraben, beerdigt sind. Und niemand möchte, dass dieses nun empor kommt, diese alten Geheimnisse, dass nun die Zeit reif ist, dass diese Geheimnisse gelüftet werden. Und es ist jetzt aber auch wichtig, dass du verstehst, dass das nicht nur negative Sachen sind, sondern ganz viel auch positive Sachen sein können, die sich nun entpuppen dürfen. Das ist enorm wichtig. Bitte vergiss das nicht. Konzentrier dich nicht nur auf das Negative. Es ist wichtig, dass du das weisst und dir bewusst bist und nicht nur jetzt auf diese Gerüchte und Verschwörungen hörst. Wie gesagt, es darf sich auch Schönes emporheben und entpuppen und sich dir zeigen. Was auch wichtig ist für dich zu wissen, ist, dass im Moment die Erzengel Michael Energie sehr präsent auf dieser Erde ist. Es ist wichtig, dass du dich auch mit ihr zusammenschließt, dass du Erzengel Michael einlädst, dich in deinem Leben zu begleiten. Erzengel Michael steht für seine Wahrheit, für die Wahrheit finden. Die Energie von Erzengel Michael ist die Wahrheitssuchende, die für sich einstehen, an sich glauben. Das ist die Erzengel Michael Energie. Für das symbolisiert ja auch sein Lichterschwert. Bitte, bitte Erzengel Michael, um Hilfe, wann immer du ihn brauchst. Denn diese Energie ist wirklich sehr stark und dich kräftigend. Jeder Mensch, jede Seele hat dieses Lichterschwert. Und es ist nun wichtig, dass ihr dieses Lichterschwert auch aktiviert. Bitte fasst es nicht so auf, dass es zum kriegerischen Zwecke eingesetzt wird, sondern die Wahrheit finden. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dir diese Durchsagen machen durfte. Ich möchte noch eine kleine Klammer aufmachen, was ich, Susanna, über Verschwörungstheorien denke. Ich bin immer sehr dankbar, wenn ich auch als Mensch zu dir sprechen kann, meine menschliche Seite kundtun darf, auch wenn ich primär als Channel-Medium auf diesem Kanal bin. Ich denke, primär müssen wir anfangen. Was ist denn überhaupt eine Verschwörungstheorie? Wo fängt diese an? Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es eine Illusion ist, zu glauben, dass wir nicht angelogen werden oder dass es keine Interessen dahinter hat, die profitieren wollen und sich bereichern wollen, egal auf welchen Ebenen. Deshalb ist es wirklich wichtig für dich, wo fängt denn eine Verschwörungstheorie an? Also fang bitte wirklich damit an, für dich zu definieren. Bitte definiere wirklich also für dich, wo fängt eine Verschwörungstheorie an. Das ist wichtig. Ich hoffe sehr, dass ich dir helfen konnte, dass ich dich unterstützen konnte. In diesem Thema, wo doch sehr präsent ist und in nächster Zeit noch sehr viel mehr Präsenz in der Welt einnehmen werde. Bitte überleg dir gut, wo gibst du in dieser doch herausfordernden Zeit deine Energie hin? Ist dort, wo du deine Energie hingibst, ist dort auch deine Wahrheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist auch die primäre Aussage von diesem Channeling, abgesehen von der Manipulation. Finde also bitte wirklich deine Wahrheit. Sei dir bewusst, was du als Individuum auch alleine bewirken kannst. Sei dir dessen bitte wirklich immer bewusst. Diese Macht, die du hast, nimm sie an und setze sie um. Ich wünsche dir eine wunderbar licht- und freudvolle Zeit. Sieh doch diese Zeit bitte als Zeit, die mit ihrer Taschenlampe ganz viele Sachen ausleuchtet, wo wir dann auch hinschauen dürfen. Wenn du denkst, dieses Video könnte auch andere Menschen unterstützen, dann freue ich mich sehr über das Teilen. Fühl dich umarmt, geliebt und gesegnet. Fühl dich umarmt, geliebt und gesegnet. Fühl dich umarmt, geliebt. Fühl dich umarmt, geliebt und gesegnet, Untertitelung des ZDF, 2020